So, heute Morgen geht es mit der ganzen Familie zum Hockenheimring, zu Ed Sheeran und ich nehme euch heute mit. Da sieht man den typischen Laternenparker mit seinem Ioniq und wir gucken mal, was denn so die Reichweite heute ist. So, damit sollte ich doch ganz gut hinkommen heute. Bis zum nächsten Mal. So, angekommen sind wir schon mal auf dem Parkplatz. Hier steht der Ioniq und hier ist alles noch relativ frei und gleich geht es los. In zwei Stunden ist Einlass. Wir sind rechtzeitig angekommen und ich hoffe, das Wetter hält sich und es gibt kein Gewitter, denn ist alles gut. Wir sind rechtzeitig, das Wetter hält sich und wir sind rechtzeitig, das Wetter hält sich und das Wetter hält sich und das Wetter hält sich. So, wir sind jetzt direkt vor dem Einlass und in einer Stunde wird es geöffnet. Ja, und der Merchandise-Shop hat schon eine gute Schlange. Die Schlange ist vielleicht nicht richtig, die Traube. Jetzt sind wir doch mal nass geworden, es hat ordentlich geregnet, hat aber gerade wieder aufgehört und wir sind drin. Hier gibt es auch viele Fressbuden und ich hole jetzt erstmal Krebs, Zucker und Zimt. Die Schlange ist wirklich, die Schlange ist. Watch the sunset over the car, so won't it heal me Watch the sunset over the car, so won't it heal me Watch the sunset over the car, so won't it heal me So, of course, here is the hell out of here, until we get to the car And there will probably be a huge storm if we want to go out again So, of course, you can go out and put it in there So, of course, there is a surprise A bearable eye Do not be to be able to set the sun So, as I said, stop there You can see the sun Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.